Du bist Single, möchtest Silvester auf eine ganz besondere Weise verbringen und dabei garantiert einige nette Singles kennenlernen? Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwehm und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Was erwartet dich in diesem Single-Silvester-Selbstbewusstseinstraining? In Kurzform würde ich sagen, Klarheit, Wachstum und vor allem neue Motivation. Klarheit in Bezug auf Selbstbewusstsein, darunter verstehe ich zum Beispiel. Klarheit in Bezug auf die eigenen Stärken, die ganz, ganz wesentlich für die Arbeitsmotivation und den beruflichen Erfolg sind. Werte, die so etwas wie die Grundpfeiler des persönlichen Sinn des Lebens sind und die den allerwenigsten Menschen wirklich bewusst sind. Du wirst in diesem Training die Möglichkeit haben, dir deine Werte sehr bewusst zu machen, wenn du das möchtest. Ziele, nicht nach dem gängigen Verständnis von wegen höher, schneller, größer, mehr, sondern in der Form von deiner für dich ganz persönlich maßgeschneiderten Ziele. Und wenn du möchtest, kannst du sogar beginnen, zumindest damit, deine ganz persönliche Lebensvision herauszuarbeiten, die dich von innen heraus mitreißt und dauerhaft motiviert. Ob du das schaffst, in dieser Veranstaltung kann ich dir nicht garantieren, aber die Techniken dazu, die kannst du auf jeden Fall mitbekommen und gegebenenfalls diesen Prozess für dich zu Hause eine Weile später einfach fortführen, solange bist du damit zufrieden bist. Stark vereinfacht gesagt ist es so, je klarer ein Mensch in Bezug auf die zuvor genannten Faktoren ist, desto klarer kann er sozusagen das Navigationssystem für das eigene Leben einstellen. Und zwar, wie gesagt, nach den eigenen Werten, nach den eigenen Zielen, nach den eigenen Stärken. Und das ergibt für das eigene Leben einen ganz besonderen Sinn, der sich echt anfühlt, von dem man einfach spürt, von dem du spüren wirst. Das kommt von innen heraus, es ist nicht irgendwas Aufgesetztes, es ist nicht etwas, was man sich kopfmäßig überlegt hätte, sondern es ist quasi auf allen Ebenen des Seins herausgearbeitet, von dir gegengecheckt, sodass du einfach spürst, das ist deins. Das ist also so Klarheit. Und der Aspekt der Motivation, der geht direkt daraus hervor. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was war der dritte Aspekt, den ich gesagt habe? Klarheit, Wachstum, genau. Bei ganz vielen Menschen ist es so, bei vielen Menschen, die vor allem in dieses Single-Silvester-Seminar kommen, im Regelfall sind das Menschen, die beruflich recht erfolgreich sind, und wo oft entweder keine Zeit für die Partnerschaft war in der letzten Zeit oder wo man bewusst, allbewusst, unbewusst dafür gesorgt hat, dass keine Zeit war. Typischerweise ist die letzte Beziehung vor einem Jahr, vor zwei Jahren zu Ende gegangen. Erfahrungsgemäß waren das oft langjährige Beziehungen, die aus welchem Grund auch immer dann zu einem Ende gefunden haben. Und die meisten Teilnehmer, die nehmen dann aus der Erfahrung heraus, so ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später, den Aspekt der Partnerschaft genauer unter die Lupe, zumindest die wenigen Menschen, denen das wirklich ein echtes Anliegen ist und die nicht die alten Themen in die neue Beziehung wieder mit hinübernehmen möchten, sodass ihnen dann dort dasselbe in grün oder so begegnet. Dieses Training ist maßgeschneidert, und zwar auf dich plus auf deine maximal elf Mitteilnehmer. Bei insgesamt zwölf Teilnehmern ist garantiert Buchungsschluss, aus einem ganz einfachen Grund. Dann könnte es nicht mehr persönlich genug sein. Insofern wirst du maximal elf nette Singles kennenlernen, und zwar sehr, sehr intensiv. Wie kann ich dir das jetzt schon sagen, ohne die Teilnehmer zu kennen? Viele Techniken, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe oder weiterentwickelt habe, die fußen darauf, dass man mit Fragen auf Basis von bestimmten Vorgehensweisen in Bezug auf Feedback und so weiter immer wieder untereinander im Mitteilnehmerfeld in kurzen, intensiven Kontakt kommt. Also zum Beispiel zwei Minuten in der Zweiergruppe, Technik oder Übung A, dann vielleicht fünf Minuten in der Dreiergruppe, Technik oder Übung B, dann vielleicht wieder in der Gesamtgruppe mit, wie gesagt, maximal zwölf Teilnehmern. Und so ist im Regelfall am ersten Abend schon jeder mit jedem in Kontakt gewesen. Und die Übungsgruppen, also Übungsgruppen so im weitesten Sinn, die werden immer wieder neu durcheinander gewürfelt, sodass einfach jeder mit jedem immer wieder einen kurzen Kontakt hat und dadurch jeden eben sehr gut kennenlernt nach und nach. Wie gesagt, das Training ist maßgeschneidert auf die Teilnehmer, die kommen, auf dich. Und um das gewährleisten zu können, besteht die Möglichkeit, einen Fragebogen, den man mit der Anmeldung bekommt, für sich selbst durchzuarbeiten. Dieser Fragebogen verbleibt garantiert bei dir. Ich will da zu keinem Zeitpunkt hineinschauen. Und da hast du die Möglichkeit für dich einfach in dem Maß, wie du das magst, sehr spezifisch herauszuarbeiten, welche Ziele, welche Anliegen du in dieses Training mitbringst und was du da verändert, was du gelöst haben möchtest. Und es gibt einen zweiten Fragebogen, der zielt auf eine eventuelle Familienaufstellung ab. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, zwei Drittel der Teilnehmer haben noch niemals was von Familienaufstellung gehört, spielt auch keine Rolle, man braucht da auch kein Vorwissen. Aber so viel vorneweg, die Methode der Familienaufstellung ist eine der tiefgreifendsten, der weitreichendsten, der veränderungswirksamsten Techniken und Methoden, die ich in meiner über 20-jährigen Coaching-Praxis kennengelernt habe. Und ganz oft ist es so, der erste Abend, der 28. Dezember, der dient vor allem so dem Kennenlernen. Das heißt nicht, dass man da nichts machen würde, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es einige Techniken, die ich im Laufe der Jahre entwickelt und weiterentwickelt habe, die in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ganz wunderbar geeignet sind, um insbesondere auch mit fremden Menschen in Kontakt kommen zu können oder um mit Menschen, die man bereits kennt, in einen besseren, in einen intensiveren Kontakt zu kommen. Das ist so eine Art Fragetechnik, die aber nicht als Start zu verstehen ist, sondern die ganz breit variiert werden kann und wo du dadurch, dass du es mehrfach einfach anwenden kannst, deine persönliche Variante schon beginnen kannst zu entwickeln. Denn nur die Technik und die Grundhaltung und so macht auf Dauer Sinn, von der du einfach spürst, es passt zu dir. Da hast du für dich die passende Variante gefunden und es erweitert einfach dein persönliches Repertoire. Deshalb gibt es auch immer wieder die ein oder andere Situation, wo man sich einfach ausprobieren kann in der speziellen Art der Fragetechnik, in der speziellen Art der Wahrnehmung, Wahrnehmungsmöglichkeit, Wahrnehmungstechnik. Ja, Teile der Übungen geschehen, wie ich ja schon mehrfach angedeutet habe, sozusagen untereinander im Teilnehmerfeld. Und ganz oft ist es so, dass ich dann auch mit der ganzen Gruppe arbeite und dass da praktisch jeder so seine Themen in die Gruppe geben kann. Und im Regelfall ist es so, ich nehme bei Teilnehmer C meinetwegen ein bestimmtes Muster wahr. Frage Teilnehmer C, ob ich dazu was sagen darf. Und im Ja-Fall sage ich dann zwei, drei Sätze dazu. Das ist dann für mich auch so eine Art Test, ob ich mit meiner Wahrnehmung richtig liege. Und das führt dann häufig in die erste Familienaufstellung direkt hinein. Und ab dem zweiten Tag entsteht oft so eine Art Domino-Effekt der Gestalt, dass wenn ich mit Teilnehmer C zum Beispiel begonnen habe, intensiver zu arbeiten, ja Teilnehmer F spürt womöglich dieses Thema, ja trifft ihn auch voll und ganz. Und dann werde ich nach einer Pause mit Teilnehmer F weiterarbeiten, wobei ich damit jetzt nicht andeuten will, dass das Einzelarbeit ist, sondern es ist eine Art Einzelarbeit vor der Gruppe, in der die ganze Gruppe eingebunden ist und von der die gesamte Gruppe profitiert. Auch wenn du dir das im Moment vielleicht schwer vorstellen kannst, das ist eine Art von Trainingsstil, Coachingstil, den ich über viele Jahre hinweg entwickelt habe und den du möglicherweise an anderer Stelle so kaum findest. Und von daher, wenn es dir schwerfällt, dir das vorzustellen, ja, verstehe ich sehr gut. Und du wirst ganz schnell erleben, wie tiefgreifend das Ganze sein kann. Du brauchst übrigens keine Angst der Gestalt zu haben, dass du da eine Seelenschau veranstalten müsstest, sondern das Wunderbare bei vielen Techniken, die ich im Repertoire habe, ist, dass häufig ein einzelner Satz oder im Extremfall ein Stichwort mir und der Gruppe voll und ganz genügt, sodass ich mit dir sehr intensiv arbeiten kann, insbesondere auch bei höchst intimen Themen, die du vielleicht gerne bearbeitet haben möchtest, aber von denen du aus, ja, für jedermann verständlichen Gründen heraus eben keine Details in die Gruppe geben möchtest. Und interessanterweise, paradoxerweise, ist es häufig sogar so, je mehr Informationen man erzählt, desto größer ist die Gefahr dessen, was man in der Hypnosearbeit als Problemhypnose bezeichnet. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht genauer drauf eingehen. Du kannst dir vorstellen, dass sozusagen dann jeder in dieses Problem eintaucht, davon hypnotisiert ist, in Beschlag genommen wird, sodass die Lösung eben verunmöglicht wird. Und umgekehrt in dem Maße, wie man sich auf Schlagworte, auf Überschriften oder auf sachliche, präzise Beschreibungen des Problems reduziert, bleibt diese Problemhypnose aus, taucht man selbst, muss man selbst nicht in diese tiefe Emotion. Meistens geht es ja um ein schlechtes Gefühl, um Angst, um sich verloren fühlen, einsam fühlen, sich ausgeliefert fühlen und so weiter. Deshalb muss man eben selbst nicht in die Tiefe dieses Gefühls eintauchen, sondern es genügt, wenn man es sozusagen kurz berührt, wenn man damit in Kontakt kommt, sodass ich dann mit dir, mit den anderen Mitteilnehmenden maximal tief arbeiten kann. Ich weiß, vieles von dem, was ich sage, führt wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Fragezeichen, aber ich bin davon überzeugt, du spürst, dass, ja, selbst wenn das ein oder andere Fragezeichen im Moment auf deiner Stirn steht, du dich einfach darauf verlassen kannst, dass du bei mir bei einem gewachsenen Experten bist. Die Techniken, die Methoden, die du bei mir erlebst, viele davon habe ich zuvor in meinem Leben erst mal auf Herz und Nieren geprüft, um selbst allmählich im Laufe der Jahre dahin zu kommen, dass ich überhaupt in der Lage war, vor Menschen zu reden. Ja, vielleicht hast du es gelesen, ich habe selbst viele Jahre an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet und die ganzen Coaching-Techniken, die ich so kennengelernt hatte am Anfang, die waren niemals gedacht dafür, dass ich die weiterreiche. Aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, viele dieser Techniken, die waren für mich so wesentlich, so wertvoll, sodass irgendwann in der beruflichen Sinnkrise, ja, mir einfach die Idee kam, ich biete Selbstbewusstseins-Trainings an. Und das war jetzt vor über 19 Jahren. Insofern, ja, das, was du bei mir erlebst, das hat einfach Hand und Fuß. So, ah ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Seminar Ort. Der Ort heißt Winsbach, ist ein kleines, altes Städtchen in der Nähe von Nürnberg und ist über Nürnberg auch sehr gut erreichbar. Also erfahrungsgemäß, der ein oder andere Teilnehmer, der mit dem Flieger kommt, der landet je nachdem in München oder in Nürnberg. Und per Bahn kommt man dann bis auf 1,4 Kilometer zum Seminarzentrum heran. Und diese restlichen 1,4 Kilometer, die konnten bisher die Teilnehmer, die kommen wollten, auch allesamt überwinden. Das Seminarzentrum selbst ist ein ehemaliges Hopfenbauernhaus, Baujahr 1870, so richtig, wie man sich das vorstellt, im Erdgeschoss mit ganz dicken Mauern. Der Seminarraum ist ein Gewölberaum, hat 70 Quadratmeter, hat Fußbodenheizung ganz kuschelig, hat einen Kaminofen, der natürlich dann auch immer wieder angemacht wird. Da gibt es so ein paar Lehnstühle, die häufig in den Pausen dann gerne in Beschlag genommen werden. Oder auch, wenn in 2er, 3er, 5er Gruppen gearbeitet wird, ist es häufig so, die Stühle, die werden zuallererst in Beschlag genommen. Aber dadurch, dass immer wieder neue 2er, 3er, 4er, 5er Gruppen miteinander arbeiten, ja, hat jeder die Möglichkeit, ja, nicht nur den Seminarraum, sondern es gibt eine große Küche, es gibt einen Coachingraum und so weiter, all das zu nutzen und sich einfach da auszubreiten, sich da für ein paar Minuten anzusiedeln, wo man sich gerade wohl fühlt. Das Haus liegt sehr ruhig. Winsbach, das kleine Städtchen, ist sehr idyllisch, hat was von mittelalterlichem Flair. Es gibt mehrere Möglichkeiten in Fußnähe, wo man wunderbar frühstücken kann, wo man toll essen kann. Im Regelfall gibt es auch direkt um die Ecke eine Silvesterparty, bei der man sich anschließen kann, wobei meistens ist es so, dass die allermeisten Teilnehmer einfach erst mal im Seminarkreis feiern möchten. Und ja, die Location ist eben voll und ganz dazu gegeben. Man kann direkt die Haustür rausgehen, steht an einem kleinen Weiher und so. Und wenn einem dann trotzdem noch irgendwie nach Party ist, gibt es ja einige Möglichkeiten, aber aus der Erfahrung heraus, dass die allermeisten Teilnehmer, die sind einfach froh, dass Silvester mal auf eine ganz andere Art und Weise abläuft. Nämlich einfach mit Menschen, die offen sind, die herzlich sind. Oberflächlichkeit ist da ein Fremdwort. Und wir hatten zum Beispiel in den vergangenen Jahren dann an Silvester Raclette gemacht, wo wir dann gemeinsam oder zwei, drei, oft ist es so, zwei, drei aus dem Teilnehmerfeld haben Lust einzukaufen. Lebensmittel für das Raclette. Zwei, drei andere haben dann Lust, Salate zuzubereiten und so weiter. Wir hatten auch an Silvester schon draußen, direkt vor dem Seminarraum gegrillt. Also der Gestalt, der Grill, stand eben draußen im Kalten, wir dann drinnen. Und ab und zu ist eben einer rausgegangen und dann hat er das Grill gut umgedreht. Ja, es gibt insgesamt fünf Gästezimmer im Seminarzentrum und es gibt aber direkt um die Ecke auch eine Pension. Und direkt um die Ecke heißt direkt um die Ecke, die ist also tatsächlich nur 100 Meter entfernt. Auch die wird sehr gerne zum Übernachten gebucht. Und ja, jetzt habe ich ganz viel erzählt und ich denke, du spürst meine Begeisterung. Und ich glaube, ich sollte jetzt an dieser Stelle so langsam Schluss machen, sonst würde ich womöglich noch eine Stunde weiter erzählen. Ja, sollte ich jetzt vergessen haben, das eine oder andere zu erwähnen, was dir ganz wichtig ist, dann schreib mich gern jederzeit per E-Mail an, greif zum Telefon oder schreib mir deine Frage, deine Kommentare gerne auch unter dieses Video. Dieses Video werde ich insbesondere auch auf YouTube veröffentlichen, sodass je nachdem, von wo aus du schaust, du auf jeden Fall auf YouTube dieses Video kommentieren kannst, mir deine Fragen drunter stellen kannst. Und ja, vor allem die, die es auf YouTube schauen, wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir gern mit einem Daumen hoch. Es kann sein, dass ich vor Silvester noch das ein oder andere weitere Video zum Thema auf YouTube hochlade oder auf meinen Webseiten poste, weiß ich noch nicht genau. Unabhängig davon genau, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich zwar schon angedeutet habe, es gibt maximal zwölf Teilnehmerplätze und wenn die zwölf Plätze vergeben sind, dann ist Schluss, leider. In diesem Sinne, wenn du Interesse hast, dabei zu sein, bei diesem ganz besonderen Single Silvester Event, ja, dann kontaktiere mich am besten jetzt gleich, dann kann ich dir sagen, ob noch ein Platz frei ist und dann können wir das Ganze für dich gern direkt reservieren und dann freue ich mich darauf, dich spätestens am 28. Dezember, der eine oder andere kommt auch schon mal einen Tag früher, je nachdem kennenzulernen im Rahmen dieser ganz besonderen Veranstaltung und vielleicht spürst du jetzt schon, dass so eine gewisse Vorfreude, eine gewisse Motivation, eine gewisse Neugier in dir aufsteigt und das könnte das Zeichen dafür sein, dass du vielleicht jetzt sofort anfragen solltest, um dir deinen Platz garantiert zu sichern. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, freue mich, wenn wir uns an diesem Single Silvester Seminar sehen und unabhängig davon wünsche ich dir in deinem Sinn das Beste. Ja, mein Name ist Matthias Schwemm. Noh, nein, Alter. Klar, das ist ein Captain. ganze Heid. Ja, das heißt, Ja, ich kriege.